willkommen zu einer weiteren folge weinig auf die zack gerade bin ich gestorben mit dem blue baby und wir machen einfach mal rente wahrscheinlich wird es mal klar es wird und ich werde abkacken keller geil spinnen ich mag spinnen ich habe angst da durch zu gehen du bist keine spinne ja du wirst ziemlich scheiße irgendwas ist gerade wartet 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 mein euglein aber so wo war ja ja ich sterbe gut noch ein e-front kann man machen ich werde wohl koppeln ich weiß nicht mein auge ich will so schnell wie möglich ein herz verlieren im sinne von dem super teufel geben kann ich aktivieren indem ich da rein schießt und ich dazu fast noch ich werde sowieso im boss geile okay das war sehr gut das war sehr das war gut von mir was kann jemand sagen dass das scheiße war es war gut ich wollte eigentlich ganz viel jetzt mit erwischen nicht das passieren lassen was gerade passiert nämlich dass sie mich alle kriegen ich kann nur schießen und hoffen es kommen jetzt nicht zu viele angeschissen da bin ich im arsch jetzt bin ich im arsch für mich ja hilf mir okay das ging schnell dass ich nicht wo es kommt aber solche spinnenräume sind auch extrem kacke anlocken 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 weg gut hoffe auch gott das war das war eigentlich nur so rastet gut könnte ich ein paar schlüssel bekommen ich hier was ich war nicht weil in dem modus mache ich bis irgendwo ein halbes herz nehme ich doch nicht mit einfach um zu bleiben ich war nicht im alten was ich immer so nennen werde weil ich kann aber nicht wenn ich schnell spreche kann ich hier noch gerade ist das abstauben ich werde stark aber halt nicht wirklich aber der raum geht weg geht weg nein nein ich bin so gut wie tot schon wieder gut jetzt du jetzt du erst du dann ich sterbe kann ich dich ausschalten das ist echt nicht lustig ich bin echt immer hart am abkacken wir sind keine tollen steinchen ich muss mir doch das gute erzeugen vorausgesetzt ich schafft den raum ich kann mir vorstellen ich war wieder scheiße aber es sieht gar nicht absolut verkackt aus du schon wieder was willst du von mir du kommst mit dann kann ich beim boss einmal gehittet werden und dann ist alles scheiße du schon wieder aber keine super form keine super kann ich frage jetzt ja die eklig form wenn ich gehittet werde werde ich sofort hure außerdem aktiviert sich da mein vögelchen das ist doch eigentlich ganz ok satan die gibt es ja auf der ersten ebene den ich verkacken konnte boah ich hasse das vor allem dass da gleich den kopf verlierst und sogar noch beschissen das ist nicht cool boah 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 habe ich aber wurden zudelf jetzt ohne ruhe du scheiße bist wenn die superform hat viel schneller gespuckt da konnte ich gar nicht erahnen und ausweichen bei dir geht das ganz toll machen wir mal was unglaublich blödes ich habe den teleporter wieder vielleicht kann ich sogar gut dann nicht hätte was gutes zu sein können aber nein ich vom schlüssel weißt du wenn man es hat dann hat man es dem nun ja gut wenigstens ist da genug geld drin dass ich mir im shop was geiles holen kann wenn ich dann die schlüssel bekomme kleiner kack auf du bist immer noch ziemlich scheiße und du drehst dich immer perfekt so dass ich dich nicht mit bandit scull angreifen kann die wahrscheinlich auch wieder viel mehr schaden noch als ich ich glaube das verwandelt mich zeitweise ich glaube dass der klick glück das brauche ich ein paar schlüssel etwas glück 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 haben habe ich gleich glück so tot was ja spring durch den ganzen raum ist überhaupt nicht ja sicher ich meinte das nicht was willst du gar nicht so ja reiße okay wenn ich meinen modus wieder war ja muss überleben kann schon wenn wir glück ich werde mir sogar etwas kaufen nein nicht kotzi kotzi auf michi michi nein ich will gibt das ding schlüssel ich weiß es eben nicht bisher hat mir gar nichts gegeben mir gefällt das ja ich fühle mich überhaupt nicht unsicher und schütte ich gehe aus der reise in den shop weil ich mich was mir das und das kaufen kann und dann in den goldraum und der book of sins bekomme geil ich nehme mal kurz dich mit weil ich vielleicht noch einen raum finde wo ich dich brauchen kann das wäre angenehm ist aber nicht mein sind gut da scheiße ich gehöre ich drauf habe ich mein buch und ich nehme doch den raster team ist einfach weiß ich kann hier nicht sagen den dicken schlüssel im shop aber ich hoffe ich finde jetzt keine riesen scheiße raum wo ich davon was bekomme der kann doch den brimstone du brimst du mich doch wenn ich nicht aufpassen oder ja gut ja hast du schon mich und hast noch dazu dass ich durch die blutspur nervt die ist kann ich so klein wie der kleine ja kakt soweit ich weiß stimmt das geister will ja du hast ja eine karte das zahlen okay ja ich will dich das andere nehme ich nicht vier shots aber hier kriege ich geil herzen und das macht mich schon ziemlich glücklich außer wenn wir nicht jetzt kannst du einen muren modus weil ich noch ein herz hat so müssen die franz laufen nicht so wie der e franz am anfang also dieser am anfang der war nicht gut ich hasse euch extrem und doll jetzt bin ich auch endlich ein bisschen stärker das hätte was werden können wenn das feuer schon ausgeblieben wird hey ich dachte du stirbst nach dem zweiten schluss was willst du jetzt mag ich diese räume allerdings war überhaupt nicht geil mit verfolgungsdrehen wie shit oder was hier frisst den der left hand für mehr rote truhen naja ich habe kaum schlüsse also ist das doch wohl viel geiler außerdem kann ich jetzt gratis beziehungsweise besser gesagt ohne schlüssel in den goldraum wenn ich das hier sprengen ja geld tut mir leid aber ich muss jetzt sprengen was gibt dort geht doch schon ein bisschen besser jetzt gab die werden das werden fliegen wie nix den hübschen blauen halte ich mir für den schluss auf es darf sich ja die weg naja die haben wir haben können wenn ich dumm bin ich mir was ich habe mir heute doch die kommt 64 gekauft auf das so konzern ich freue mich schon richtig geil darauf das zu spielen mal so eingeworfen weiß mir kann wie eingefallen euch hasse ich weil ihr habt auch verfolgende tränen da komme ich mir mit meiner spuren stärke irgendwie richtig vor natürlich nicht bin super da war so nicht gipfel lang gut das war ein schlüssel wäre geil kriege ich dann schluss nicht so einer egal meinem buch auf wäre jetzt aufgeladen wenn hier nicht nur scheiße wer wurde die warte du bist ein dunkler gehört die heißt dass du bist nur denn nur spawner gehört die bei denen habe ich richtig gern weil das einzige was ich habe gehört die wirklich richtig nervt ist dass der mich immer vollkost du bist denn nur spawner gehört ich das ist das gut das gut das ist sehr schön das muss ich auch auf die fliege aufpassen selbst wenn ich mich mal hier rüber das mag ich nicht lassen dass ich fast erwischt du kleine aber warum gibt es eigentlich hier schießt euch nicht mehr für worte kommen ich mag das ist ja aber ich kann es nicht spielen weil ich kann schwarze für nasse einen guten alten händchen 60 bis eine normale fliege der schlüssel aber das heißt shop ich könnte mir überlegen die truhe zu nehmen ich denke kurz nach ja jetzt bin ich eine nonnenhure das ging cool jetzt nehme ich mir auf jeden fall die truhe weil ich habe jetzt cool das ist mein statement dazu vielleicht noch ein geileres space item allerdings wenn ich so stehe seid ihr gar nicht so kaka ja okay aber nicht scheiße wenn ihr versteht spawn schon nervige sachen aus euch wenn ja dann sagt mir das frühzeitig dass ich nicht fest in die hallo großer schöner ob gott was das nene 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 lass mich in ruhe wenigstens kann ich euch hart verflügelten schlüssel ist das der letzte das ist ja beim töten schlüssel die kompanne naja ich werde ein bisschen schon mal zugeschissen mit items was mir sehr gefällt ja ich mag ich wie wir wissen Arschloch Hey Ich drehe dir den Rücken zu Hoppla Nein Es macht es zu Du blöde Tschüss Und dich Und krieg dafür Geilen Shit Geilen Shit krieg ich Hä? Nein, 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 nein Oh, ich mag's nicht Oh, ich mag ich Mir hat zwei Schlüssel rein hier Boomerang Er skaliert jetzt nicht so geil mit dem Habit Da behalte ich sogar das Buch Die Bombe nehme ich aber mit, weil Reduziert das mein schaden Hat mir das nicht schon Im ersten E-Front na ich beschwere mich jetzt nicht und mein zwei bomben würden reichen ich frage mich ob da überhaupt der geheimraum sein kann aber wenigstens kann ich in die bombe liegen hier war auf jeden fall ich hasse die liga weil ich bin immer sofort überfordert jetzt nicht mehr wirklich was ich wollen könnte oder achte buch auf sind es noch einmal aufladen das ich vielleicht noch mein herz in krieg dafür habe ich mir den denkbar schlechtesten raum ausgewählt stirbt doch sie scharschen reichneisen ja ja wirst du scharschen klaps ist schlüssel oder dass wir es noch mal bestätigen nein klaps des bomben natürlich muss es der schnelle job job sein alles andere wäre auch zu einfach dabei ist nicht allzu schwierig hey ich bin die ure von babylonien also fuck you ja jetzt loki ich hasse piep oh ich hasse piep hä vor dem war es noch nicht blau wirst du mich verarschen hast du da eben gedacht hey bist du farbe wechseln was kann ich mir normale piep dann sind die augen rausgequollen und dann wurdest du blau kriegst du keine luft mehr hast du nicht die augen geatmet ich möchte kurz sagen das ist falsch das tut man nicht du hast mir zu viel leben super toll kann man sich wahrscheinlich denken aber er bleibt schön in seiner ecke das hätte ich wahrscheinlich einfach nicht sagen sollen so die augen verpissen sich dann tötet ich dich so die augen verpissen sich dann tötet ich dich der engt mich ja ein bisschen in meinen händen für mich freut außerdem habe ich jetzt doch ein paar herzenfälle und ich nicht hätte verlieren sollen gib mir was gut machen wir erstmal den boss bevor ich nur noch scheiße baum ich hätte gerne die mensch tale glaube ich als trinket das gibt mir mehr schwarze herzchen so ich habe gerade einen raum gemacht ein spezieller gut davor warst und noch mehr schild da kriegte ich jetzt auch hin kann der grüne mal sterben wenn die spur weg ist es doch angenehm ich kann nicht seitlich verfolgen das kann ich bei den gelben angoliden nicht hättest du gerne getötet was bist du oh der pilz den kann ich aber gleich noch mitnehmen nein wehe der raum ist jetzt weg der satan hier nein bitte nicht nein bitte nicht nein nein ich habe mich raus gepostet er muss noch da sein gut danke cool ok oh nein da drin hätte was richtig gutes sein können außerdem ist kein guter welcher und satan die oder eine arcade machine warte das zu einfach warum naja nie die pillen nehmen es ist immer scheiße war da unten der gold ja dann war ich doch schon mann jetzt bin ich ja scheiße da ja so nirgendwo ne so ja ja die trainer hätte funktionieren können ich denke das ist okay mit dem vogel zu sagen ich nehme ich ja gut den satan die jetzt habe ich jetzt doch ein bisschen hinterher das ist jetzt echt scheiße diese telepille war ein arschloch satan wärst du geblieben hätte ich dir was gegeben ich will mich zu satan naja hat mir eigentlich nur geholfen guck mal ich töte dich guck mal ich töte dich guck mal ich auch guck mal ich oh da stand er direkt vor mir kann das ja kann nervt ich will wieder ruhe sein ok das ist ein wunderschönes item damit kriege ich immer einen satan deal oder engels deal nach einem boss immer egal wie scheiße ich war und dass ich habe ich mir das ein bisschen gewünscht gerade nach meinem fail jetzt geht es uns zu langsam gut jetzt kommt die phase wo ich mich supergeil fühle bevor die phase kommt wo ich mich wieder richtig scheiße fühle ich mache nicht so viel schade ich gerne würde lass uns mal den ort wechseln auch als er ist los geht es war aber 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 schon stirb unter und kein blauen steinchen so goldraum jetzt hätte ich dich ich bin so lange ich würde gern so schnell wie möglich in den geilen sexy satan die gekommen wo sind wir denn mit mir das nicht angezeigt ich war gerade sicher dass du dein angezeigt angezeigt ich zeig dich an ich werde euch alle wegmatschen und ich auch und ich auch ich wäre gern wieder hure plus damage ab alles gut book of sins ich habe eine bombe gelegt warum mache ich das immer ich weiß nicht ich klinge jetzt muss ich an die steuerung noch echt okay ich krieg nicht die möglichkeit erst in den shop zu gehen also okay komm du mir her was ich kann ich finde ich gut da kriegt gratis scheiße manchmal auch herzen ich brauche immer wieder kerne herzen weil man hat mittlerweile gesehen ich bin scheiße und ich werde auf jeden fall wir haben jetzt in die lösung wenn du mich hittest kann ich mir vielleicht herz vielleicht kommt noch mal scheiße aus wieso schießt du nicht auf mich was ist falsch mit dir was ist falsch mit dir habe ich gefragt das springt auch zweimal wie der normale monster zwei oder mich das ist ja du springst dich noch mal ja hier war ich schon drin aber shop ich habe es doch keinen schlüssel aber vielleicht finde ich das ist meine hoffnung kommt geh durch ja auch schlüssel das ist auch okay dass mir schlüssel mehr will ich nicht bin zufrieden tschüss allerdings rote kisten sind cool weil da kann gabi rauskommen und ich laufe nicht gefahr gar nichts zu bekommen weil ich die goldene nicht öffnen kann das ist eigentlich ich bräuchte jetzt schlüssel ich freue mich warum muss es sich nur wünschen mein buch ladet sich schön auf zwei schlüssel jetzt noch den shop gib mir den shop gib es gib es gib mir den shop das ist nett allerdings ist das auch nett alles ist nett in meinem leben two of spades das sind schlüssel die verdoppel ich bevor es zu spät ist ich kann das nicht wegbomben das würde gerne aber ich kann nicht hallo ist hier überhaupt ein shop da muss ja irgendwo sein du verwandelt sich in ein arschloch du verwandelt dich nicht in ein arschloch du verwandelt sich in ein arschloch gut hallo shop ja 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 kommt da noch einer nein du wärst jetzt eine rote truhe gewesen hätte ich meine schon die hand noch shop hop ich habe jetzt gerade gar nicht geachtet ja ja das ist ein wort lassen mein book of sins hat mir auch bullshit gegeben die ganze münze hier ist der shop ich habe sich schon gesucht warte du bist du nach hause kommst dann reden wir mal erst das wörtchen das ist jetzt nicht so cool in welchem run hatte ich den steam cd mit dem blue baby wo ich dann abgekackt bin ich weiß es nicht tschüss tschüss ich habe bomben was mich aber ich weiß jetzt nicht genau wo der lustige raum ist also ich habe bomben und unendlich schlüssel was heißt ich brauche nur eine bombe hier jetzt geilen schütz zu machen mit dem angst wenn ich sterbe komme ich glaube ich als blue baby zurück ich hätte die bombe wetter platzieren können ganz zufrieden mit dem was ich geschafft habe ich habe sogar noch eine bombe und schlüssel mehr bekommen bei bombe und schlüssel einsetzen so muss das so will ich dann weiterhin ich habe den komischen stein nicht gesehen das gebe ich zu eben nicht zufriedenstellend gehen wir weiter aber ich muss jetzt dann in die halle naja du bist noch da geht's gefällt mir 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 hat mich gerade verwirrt ich bin nicht als fuhren die im leben gestanden also liefst es lipstick spielen wir gerade und den die menschen ich gerade im inventar habe die machen beide relativ ähnliche sachen dass eine evil ab das andere irgendetwas ähnlich klingendes ab expeliamus treffe ich das gut zufrieden das ist ein raum der mir nicht so gefällt weil dieser mega klumpen kommt jetzt frei und ich hasse euch beide es gibt vieles was ich weitaus mehr hatte aber ihr seid auch nicht ganz unten auf meiner ich hasse euch weil ihr scheiße seite ist die kleinen nicht die sind süße scheiße was habe ich gerade gesagt loki komm mal her die range meiner tränen ist scheiße das heißt auf fernkampf bin ich zwar schwächer krieg hat aber weniger in die fresse deshalb bleibe ich auch auf fernkampf weil ich mag wenig in die fresse gekommen das ist etwas was mir sehr gefällt macht man das macht man das ich bin immer noch relativ schwach ich habe zwar dieses geile markt bekommen der mensch upgrade aber irgendwie finde ich mich noch nicht so viel überpowered mächtiger dass man wieder einen geilen laser schießen weil mich nervt wenn du rumhüpfst danke das war doch okay du hüpfst wieder drum rum kein problem mag ich spring hier hin der hätte gerade laser geschossen ich sag einfach mal ja das war geplant ich habe gesehen er hat noch wenig leben obwohl ich überhaupt nicht darauf geachtet habe der hätte ich einfach getroffen weil ich doof wär du gehst weg ich hab dir mal lieber kaputt auch wenn ich gar nicht mehr reinkommen weil dann fühle ich mich sicher du machst mir spaß kommt mach gucki hab dich kaputt gekriegt mittlerweile krieg ich ein paar wohnen das schön warum spiele ich hier gerade ein paar schlüsse sind eigentlich nie verkehrt aber die mittlerweile habe ich woher kann das jetzt bitte so jetzt noch 15 mehr kriegst du von mir nicht gut ein paar schlüssel schlüsse sind gut schlüssel mag ich lass mal sehen wir suchen den item und den shop schlüssel habe ich schlüssel kriegst du und ich auch ein schlüssel für die bombe kann ich mir das gut leisten die da rein die da rein bleibt da drin du auch jeder wieder rein fuck you du bist scheiße der witz wird nie alt oder so ja gut gratis ist gratis ich habe einen schlüssel für dich ausgegeben jetzt tu was außerdem mag ich diese blutspuren die halten manche nervigen spinnen und so echt davon ab mich zu töten das ist positiv alles was mich nicht töten kann ist positiv kann mal irgendjemand in meine schussbank kommen das wäre echt angenehm du du hast verkackt du bist tot du ich kann mir das schwarze herz hin holen aber das ist meine bombe ho zu schade schlüssel kriege ich aber ne ne ich warte ich lasse mir zeit mit euch ich weiß ich bin doof oh ich hab dich gut was echt nur die einjahr nein ich hab mich auch gewundert so merke ich mir immer viel nicht sehen ich bin nicht viel stärker aber das blut macht schab auch ein bisschen zu schaffen ich verstehe ich mag es auch nicht wenn die gegner bluten das hammer ekelhaft dich nehme ich mit was meine world ding ein bisschen unbrauchbar macht geht da rein oh rotes feuer gar nicht mitgekriegt geh da rein ich selber den boss nicht full visual map am arsch könnte nur hier sein aber trotzdem full visual map am arsch das ist einfach gelogen ist ein cooler stein ich soll mich vielleicht mit auf die viecher konzentrieren aber wir wissen alle das tue ich nicht was ist denn das für eine lache einfach eklige glücker okay und die wie geht's aber achte reichen schreien lovers rette mich ach die mami stampft nur ja gut dass ich das blut habe wenn ich hier mal mit dem kreis dann wird die vielleicht blut lachen anscheinend aber nicht ja lacht ich hasse das allerdings keine nervigen spawn gegner dabei zu haben ist auch an aber da bist du kannst du mal ein bisschen unten bleiben müssen wir zu schnell du bist eine hule du bist eine hule und ich dachte ich spiel hier die hule ich weiß ja gar nicht was hier geht ritt auf das hule du bist fein fein oh hättest du gern hättest du gern du oh ich weiß nicht nehme ich das mit um zu dem zu gehen mal ausnahmsweise ich glaube ich kann diesen fluch nicht kaputt machen dann kommt man auf jeden fall in die hölle und mit dem auto natürlich auf jeden fall zu gelähmt ich weiß nicht ob ich das schaffe weil ich bin scheiße hey kriegst du schaden bitte danke du hast mir zu viel scheiße gebaut bist du machst das jetzt tot ich nehme dich mal auf spaß mit vielleicht kann ich irgendwas hochbauen habe ich irgendjemanden erwischt einen sehr gut ich bin stolz auf mich wenn ich wirklich in die dark chest muss dann wird mir die world karte sehr wichtig sein ich kriege ja immer noch alle teufels deals naja ich komme auf jeden fall in die hölle wegen meinem goat hat den ich eingesammelt habe ah habe ich nicht vergessen ist nicht so wichtig ja ruhig auf meinem blut aus kein problem der flüchtet nicht mal der hat aufgegeben zu recht als gefahrt sagt man sich vielleicht klappe weniger weil der kann mich wenn ich richtig stehe nicht treffen aber ich nie theoretisch in die fleischklappe weitaus mächtiger und du warst du scheiße auch besser raum sehe ich irgendeinen stein der mir gefällt nein ich muss die bomben auch beim boss einsetzen einfach weil ich kann dass ich die nicht verschwende und dass die mir ein bisschen helfen daher habe ich jetzt aber nicht mehr durchgepasst du bist fett lol ich hasse erst wenn man die in sich selbst schafft ich werde hier schon wieder so viel leben was ist denn falsch kann ich mal irgendwie einen fortschritt machen ich meine wo ich bin nein ich bin kein magier fuck you heute nicht heute nicht haste war mal wieder schön wird von mir strength das sind wir eigentlich den hurenmodus aber wenn ich den einsetze während ich den hurenmodus schon anhabe dann bleibt er doch oder nicht da bin ich aber schön durch deinen hals geschwebt dort fand ich ästhetisch ich hätte gern wieder herzen da weiß ich dafür auch geschlüsseln kommen werden was ihr müsst leider sterben so kacki auf sein ja 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 wenn ich meine strengths noch behalten ich nehme ich nehme dich vorsichtshalber weil mit dem todelich zu spaßen oft aber nicht so viele sachen die auf mich zu fliegen das ist nicht so gut für mich an ich mache es tu es tu ihm weh nein das ist nicht so da war ich will ich nicht einsetzen müssen wird aber vielleicht nötig wenn ich weiterhin so scheiße mein vogel macht auch überhaupt gar nichts für mich das nur da und tut nicht gib mir was gute mir fehlt es gerade richtig geil an leben ich werde mal wieder verkacken wir müssen anscheinend nicht in die hölle auf jeden fall sagst du mir jetzt ging ich ich habe keine herzen ich sehe mal herzlich scheiße aber ich durfte jetzt so gut die tod sein ich muss dich einsetzen ich kann mich auch hören hat eigentlich wenn es für charming tiers oder was ist das gib mir noch herzen geht das ja ich glaube der boss ist links ich habe mich einer von denen erwischt bin ich tot hier sei überall ihr kleiner zum glück sehen die nicht weiter als ich das wäre hammer ungefähr danke für die kiste 90 wahrscheinlich nicht ich muss hier lang okay das ist ein interessanter anblick wie mache ich das jetzt am besten ich töte dich einfach okay er fand's okay sehr schön bis auf die tatsache ich davon nichts kriege aber ich kann raum skippen ja ihr seid nicht zu schlimm ja kannst du sterben das ist doch nett von dir fängt 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 ja ich könnte jetzt bei uns hart sterben und dann wieder hier so viel leben verloren wie verhindere ich dass ich so viele leben verliere in den bomb ebenen das gibt es doch nicht aber auf jeden fall noch lernen trotzdem falls euch gefallen hat dann auch die wo sie für werden komme ich dann abonnieren es liefs hat mich nicht getötet das war wenn wir das raus